Hallo liebe Camper und herzlich willkommen aus Amal vom Campingplatz Örnäs Camping. Der Campingplatz liegt an einer schönen Bucht am Westufer des Wehnern am Ortsrand von Amal. Am Ende der gut ausgebauten Gemeindestraße stellt ihr euer Gefährt am Check-in Parkstreifen ab und erledigt am Rezeptionsgebäude die Anmeldeformalitäten. Danach geht's auf Kieswegen weiter zu den Stellplätzen. Auf diesem idyllisch gelegenen Campingplatz erwarten euch in etwa 70 Stellplätze. Diese sind im Wesentlichen in zwei Terrassenebenen unterteilt und bieten einen tollen Ausblick auf den See. Die Parzellen sind als reine Wiesenplätze angelegt und durch am Boden liegende Baumstämme vom Nachbarplatz abgegrenzt. Wir haben uns für einen Platz auf der oberen Ebene entschieden. Zentral auf dem Gelände ragt ein kleiner Hügel empor, auf dem ihr ebenfalls noch einige Stellplätze finden könnt. Preislich unterscheiden sich diese nicht von den Parzellen direkt am Wasser. Die Stromanschlüsse findet ihr zwischen den Parzellen. Strom wird pauschal abgerechnet, ihr braucht den blauen CE-Stecker. Wer über kein eigenes Campinggefährt verfügt, kann sich eine dieser Holzhütten mieten. Im Einfahrtsbereich steht eines der beiden Sanitärgebäude. Hier findet ihr die Toiletten, die kostenpflichtigen Duschen sowie die Waschgelegenheiten. Dieser Bereich war bei unserem Besuch sehr sauber und gepflegt. Im Nebengebäude findet ihr die Koch- und Abwaschmöglichkeiten. Vor dem Sanitärgebäude könnt ihr den Müll entsorgen. Hier gibt's auch eine Wohnmobil-Service-Station. Nach Herzenslust geschlemmt werden kann im Camping eigenen Restaurant. Die Köstlichkeiten könnt ihr euch auf der Sonnenterrasse schmecken lassen. Gleich neben dem Restaurant findet ihr einen Kinderspielplatz mit dazugehörigen Minigolfbahnen. Der kleine aber feine Sandstrand wartet auf alle Wasserraten und Sonnenanbeter. Wer sein eigenes Boot dabei hat, kann dieses auf der Slipanlage im Einfahrtsbereich zu Wasser lassen. Darüber hinaus laden einige Sitzgelegenheiten und Pavillons zum Verweilen ein.